Autoginistraining leicht erlernt mit Sylvia Helmholt Schwere und Wärmeübung Ich bin vollkommen ruhig Ich bin vollkommen ruhig Ich bin vollkommen ruhig Mein rechter Arm ist ganz schwer Mein rechter Arm ist ganz schwer Mein rechter Arm ist ganz schwer Schwer wie Blei Blei schwer Mein rechter Arm ist ganz schwer Mein rechter Arm ist ganz schwer Ich bin vollkommen ruhig Mein rechter Arm ist strömend warm 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 Ich bin vollkommen ruhig Dies ist das Ende der Übung Komme wieder ganz in das Hier und Jetzt zurück Arme beugen und strecken tief atmen Ich bin vollkommen ruhig